Wenn deine Mutter durchdreht. Jetzt kill den endlich mal. Diese Mutter hilft ihrem Sohn dabei, sich eine E-Sport-Karriere aufzubauen. Boah. Ich muss jetzt auch mal anfangen für Mathe zu lernen. Nein, das brauchst du später sowieso nicht mehr. Was, eine Traum-Mutter? Nie wieder für Schule lernen, sondern professioneller Zocker werden. Aus dir soll doch kein Rage-Quitter werden, oder? Ja, Mann, ich hasse diese Leute bei League of Legends. Ja, und mit den Turnierpreisen, da kann er dann später seine Familie ernähren. Ach so, dir geht's gar nicht um seine Leidenschaft, sondern um die Kohle, du Geldgeier. Ah, Mama, ich hab einen Krampf, das tut so verflixt weh. Weißt du, was mir richtig weh tut, du kleiner Neymar? Sie sagt einfach, du kleiner Neymar. Die Schmerzen, die ich habe, wenn du dieses Match nicht gewinnst. Das Strafe spielt zu drei Stunden Fortnite. Alter.